Hier vielleicht was Nützliches drin. Nein. So, dann drin hier. Granaten. Gut. Okay, äh, jetzt, äh, ja, jetzt müsste es, ja, jetzt, der ist tot. Ich dachte, die Lampe explodiert. Das läuft, äh, ja, ganz gut. Schnauze hier. Ich mache. So, hier ist es aber dark. Bin ich Rabbid? Ja, ich bin Rabbid. So, ich muss hier hin. Ja, ich bin Rabbid. Das nenne ich mal ein Gebäudegestöpter. Achso. Na, ich muss da lang. Oben sichern, unten sichern. Bei deiner Mutter zu Hause. Sichern. Oder so. Okay. Ach, komm. Okay. Joa, cool. Okay. So schafft er noch selber ohne Hilfe, auf den LKW zu klettern. Das war also... ...Mission One. Alles gut. Wir haben die Ware bei uns. Verstanden. Haben Sie auf irgendwas nicht geschossen? Wir sehen Sie schon. Wir geben Ihnen Deckung. Ich habe genug von dieser Scheiße. Was zum Teufel war das gerade? Das sind die Taliban. Die haben ihre Spione überall. Sie haben alles genommen. Und uns nur schmerzen gelassen. Bitte. Sie müssen sie finden. Finden und töten sie alle. Oh shit. Warum sollten wir ihm trauen? Wie es aussieht, hat uns reingelegt. Warum sollten wir dir vertrauen? Bitte. Ich habe eine Tochter. Ich möchte, dass sie zur Schule geht. Sie soll es einmal besser haben. Können Sie das nicht verstehen? Okay, okay. Ich verstehe. Wo sind die Feinde? Scheikot. Scheikot. Was ist das? Das ist Pashtunisch. Es bedeutet Tal der Könige. Scheikot. Wo ist das? Da. Wie viele? Viele. 500 Kämpfer. Oder mehr. Wir brauchen wohl ein größeres Boot. Ich bin wieder Rabbit. AFO Neptune. Recher link ist heißing. Rabbit, sieh sich am Rekt. Wow, das ist aber schön. Wie heißt das Wagner? Mother, hier Panther. Luftunterstützung ist bereit. Bitten Sie Mossman per AFO um Jäger und Rathoff beschützen. Roger Panther. Wow, ähm. Scheiß mal auf Windschutzscheibe. Reduktion. Kommen Sie irgendwie zum Aufruhr. Die ANA ist totem. Keine Vertrengs-Auskern. Rabbit, zwölf Uhr. Habt ihr eine Ahnung, wo diese Mörder herkommt? Wir haben andere Probleme. Cool. Lad nach, lad nach. Scheiße, ich bin der Abkürtmuss. Noch mehr Abkürtmuss. Ohne Sinn, die können nicht Auto fahren. Und es explodiert hinten das Auto. Na klar, da oben. So. Hm, naja, okay. Geschützt auf elf Uhr, zweites Deck. Vater, da kommt eine Horde, zwei Hände durch das Tor. Puh. Dann, äh. Fahrzeug, elf Uhr. Also, ähm, ja, ist jetzt schwer, was zu sagen. Also, ich würde sagen, hier knallt und explodiert gerade alles. Oh, das sind ja meine. Ich finde die Mörsertrupps. Ja, äh, da schießt wahrscheinlich gerade einer mit uns auf, äh, auf, mit uns auf, äh, auf uns mit einem Mörser. Ah, wieso müssen wir jetzt aussteigen? Warte, hör mal, hallo, weiter. Oh, ich bin dem Ding hier rum. Ha. Sichere die Ruinen. Tja, du bist tot. Ich lade mal vorsichtshalber nach. Wir haben ja hier eine Wumme, die... Oh, hallo, ich... Ah, verstehe. Ein Scharfschütze. Ich glaube, mit dem bin ich lieber. Wow, die killen aber ganz schön gut, die WKI hier und so. Ein Glück sind die Gegner nicht so gut. So. Aber egal, mit dem hier, äh, nee, mit dem hier macht's mir Spaß. Würde ich jetzt mal so sorgen. Boah. Wow. Ah, ich bin zu blöd. Tja. Passiert, wa? Double kill. Wir müssen südlich des Flugfeldes Mörser haben. Mörderpessel, die erledigen das. Wir müssen die Mördertrupps finden. Amherz geht's sofort weiter. Geht direkt, aber da. Hm. Den hier noch und... Ist ja gestorben, ja, aber... Na, sage mal! War doch fast sein Koppel! Ach so, das ist eine MK-14. Ja, die erkenne ich noch von, ähm, MP3. Könnt ihr bitte vorrücken? Ich will das nicht, ich kann das, ich will das nicht. Der und... Ach, komm schon raus! So. Geht ihr mal vor? Na gut, ich gehe vor. Ich sollte wirklich in Deckung bleiben. Wir sind ja hier nicht bei Crysis mit super duper alles, ja bis schon hier, wie heißen das, Maximum Power oder so ein Zeug. Wir sind ja auch nur ein einfacher Mensch und kein Übermensch. Wir können halt nur ein bisschen besser zielen wie die anderen. Selbst wenn ich das auch nicht ganz erglaufe, das sah gerade aus als wenn er Pfeil und Bogen hätte. Oh nein, ein Sniper aus TF2. Wah! Mit dem Ding hier würde ich sagen, macht das eigentlich am meisten Spaß. Ähm, wo ist das? 12 Uhr? Achso, der ist tot. Gut. Ja. Okay, das regelt die Luftunterstützung, ja. Ne, dann öffnet sich das Ding. Witsch. Daran soll der Einsatz jetzt nicht scheitern. Ja. 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 Einfach so. Kopfschuss. Ähm. Und Kopfschuss. einmal mitnovtopfs案 ist. goingFi XS war undrmarsch. Die bescheuert. Okay,annen es! Wenn wir uns darauf schlagen, dann wirerve, wenn ich so eine kleine Sniper-Einheit finde, dann ich culpe ich wenn ich oben und auslösen kann ich kurz wieder schlappen. Und da geht's nicht ¿е 4 asiass! Aquí floppy. Mhm. Wir haben da ziemlich alle Ziele eliminiert, oder? Einfach von Weitem, also so als Sniper hat man wirklich ein tolles Leben.